Okay, und da sind wir wieder zu Minecraft Hardcore nach einer weiteren Pause. Und ich muss leider sagen, ich habe ja die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass ich darauf warte, dass die Mudbricks texturiert werden. Also abgesehen davon, dass die neue Version vom Texturumpark aus irgendeinem Grund nicht mit Sodium und so funktioniert, also mit dem Modsetup, das ich im Moment habe, passen die Bricks auch überhaupt nicht zu dem, was ich vorhatte. Also ich hatte ja gehofft, dass das perfekt passt, aber leider sind sie kein guter Ersatz für Sandstein. Ich habe dann letzte Woche ausgesetzt, damit ich die Gelegenheit habe, schon mal Schulkerboxen zu füllen und an die entsprechenden Orte zu bringen und auch die Schematics schon mal zu setzen, damit wir die ganzen Sachen in einer Tour durchbauen können. Damit es einfach auch praktischer ist, am Ende, wenn ich dann das Replay-Mod-Footage habe, daraus einen Timelapse zu machen. Deswegen, das machen wir gleich. Ich überlege nur gerade, ob wir vorher hier das noch zu Ende bauen oder ob wir das vielleicht am Schluss anhängen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, aber ich überlege, ob man dann hier dann nämlich Beetroot und dann hier vielleicht die Zuckerrohrfarmen hin macht, beziehungsweise vielleicht hier ein bisschen und hier, dass der Bereich genutzt ist und wir da hinten die Zuckerrohrfarmen wegmachen können. Was Farmen angeht, müssen wir sowieso noch einiges uns überlegen. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, zum Beispiel eine Knochenmeh-Farm zu bauen mit Moos. Also Moos, das halt die ganze Zeit Stein umwandelt. Ja, Moos-Knochenmeh-Farm. Wir brauchen noch eine Drowned-Farm. Da müssen wir noch gucken, wohin damit. Ja, wie gesagt, ich möchte sie nicht irgendwo haben. Ich hatte überlegt, ob man die Moos-Knochenmeh-Farm irgendwo hier einbringen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, an welcher Stelle. Hi, Creative Element. Willkommen zum Stream. Irgendwo hatte ich schon mal gegraben und dann festgestellt, dass es da gar nicht passt oder nicht richtig platziert wäre. Vor allem, weil ich halt nicht möchte, dass so eine Farm... Ich meine, es wäre zwar gut, wenn sie ins... Ich glaube, hier war das ursprünglich geplant, damit es irgendwie nach unten füttern kann. Es wäre natürlich gut, wenn so eine Farm dann direkt ins Sortiersystem einbündet. Aber ich möchte auch nicht, dass sie das Sortiersystem die ganze Zeit auslastet. Und das ist ein Problem, wenn wir hier noch Sachen reinschmeißen. So, die Wolf-Farm ist da, glaube ich, wesentlich angenehmer. Apropos Wolf-Farm. Die Wolf-Farm habe ich heute auch tatsächlich mal eingesetzt. Also ich meine, sie läuft ja die ganze Zeit durch. Weil wir vielleicht ein paar Betten brauchen werden. Weil ich überlege auch, ob wir heute vielleicht das eine Haus schon mal füllen als Villager-Breader. Damit wir in dem Ort, den wir heute bauen, auch ein bisschen Leben haben. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Villager am besten da hinkriege. Weil, ja, das ist ja schon ein ganz schönes Stück. Beziehungsweise ich glaube, das machen wir vielleicht als erstes. Wir bringen die Villager rüber, weil dann können die sich nämlich schon mal vermehren. Während wir darauf warten, also während wir bauen, können die halt schon mal das Gebiet bevölkern. Da sehen wir auch schon die erste Fischerhütte. Den Turm habe ich auch gebaut. Und ich habe festgestellt, dieses Easy Place von Lightmatica ist einfach mega gut. Also damit werden wir das in Windeseile bauen können. Jetzt aus, also aus irgendeinem Grund. Ja, ja, Love. Lasst euch von mir nicht stören. Es ist ein Junge. Da freut man sich doch. Herzlichen Glückwunsch. Das erste von euren vielen Kindern. Also es lag anscheinend an der Falltür, die an der falschen Stelle war. So, anyway. Es wird Zeit für Magie. Das erste von Magie. Das ist ein Junge. Untertitelung des ZDF, 2020 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 oder irgendwo hin, wo wir ähm, wir werden mal kurz, wir packen das mal kurz dahin ich pack einfach das Wasser dahin, wir parken das da, so ist der Klingelton run? Nein ich sagte ja, du warst mit Undines Battle Theme schon ziemlich nah dran hier könnte man es reinschleusen oder wir lassen das Wasser irgendwie alles oder wir machen einfach zwei Dinger draus können wir können wir vielleicht die mittlere Reihe hier doch nutzen geht das? na, hier das Problem ist, die Sachen gehen dann hier hin das heißt, wir müssten hier in die Ecken auch packen so, theoretisch, ich sehe hier nichts, wo kompletter Stillstand wäre, also eigentlich müsste das Spiel damit klarkommen und zumindest hier die beiden inneren könnte man noch verwenden denke ich selbst den hier hier die kann man noch verwenden bin ich mir zumindest ziemlich sicher Wasser in Minecraft ist so weird ähm, ja das ist kacke was wir hier haben naja dann haben wir zumindest halt ein paar die zumindest die Hälfte der Zeit was beisteuern so, pass auf wir schmeißen das hier mal hier durch wie alt bist du gerade? 25 ok, es scheint das egal wo wir es reinschmeißen es landet da in der Mitte bleibt irgendwas unten hängen sieht gut aus ok, das ist doch in Ordnung ich muss sagen es ist nicht ganz so gelaufen mit der Kaktus-Fan wie ich es haben wollte aber jetzt passt es halt perfekt hier auf die Module hier und das wiederum finde ich schon irgendwie cool das heißt wir verwenden einfach bestehende Infrastruktur wieder und haben jetzt einfach unser Kaktus-Einkommen nochmal knapp verfünffacht ich denke das sollte für unsere Zecke genügen ich meine das einzige wofür man das Zeug wirklich in gewaltigen Mengen brauchen würde wäre halt wirklich wenn man so einen Minecraft Gott-Partikel-Generator erschaffen wollen würde dann ist halt auch wirklich das Problem du musst das Zeug halt auch durchschmelzen ich würde sagen wir haben hier ganz schön was geschafft also der Raum hier hat jetzt deutlich mehr Potenzial wir haben wesentlich mehr Einkommen was jetzt Kakteen angeht und was auch wenn wir mal brauchen sollten Kakaobohnen angeht hier könnte man theoretisch noch Pfade lang führen lassen und dann könnte man hier das Ding auch noch doppelt nutzen das kommt noch dazu hier haben wir definitiv mehr Potenzial wobei ich ja noch nicht weiß was man da machen könnte wie gesagt die Tür mache ich vielleicht noch ein bisschen größer aber wir können uns ja mal ihr könnt euch ja auch mal überlegen was wir hier in den Raum noch alles reinkriegen ich bin auf jeden Fall froh wie das jetzt hier sich alles doch irgendwie gepasst hat auch wenn es nicht so gepasst hat wie ich es ursprünglich haben wollte aber wir verwenden hier schön die die Infrastruktur von unten wieder das heißt das ist jetzt auch ans Sortiersystem angebunden und alles ist toll ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder wenn es wieder heißt Minecraft Hardcore bis dahin Leute ich muss euch leider etwas Schlimmes mitteilen es ist etwas Schreckliches geschehen ihr seht der Himmel weint mit uns denn Schulki ist tot er hat uns über drei Doppelkisten Schulker Schells eingebracht aber nun war es Zeit für ihn zu gehen wir werden ihn vermissen Ruhe in Frieden ich bin aber echt gespannt also das wird lustig ich muss ich bin echt gespannt wie lange wir mit der Menge an Schulker-Shells die wir durch diese Farm jetzt bekommen haben durchhalten werden ich kann mir gut vorstellen dass wir sie nie reaktivieren müssen weil bis wir die ganzen Schulker-Shells mal verbraucht haben ist wahrscheinlich wahrscheinlich schon längst in der Welt gestorben ich wäre zumindest nicht überrascht wenn es so wäre auf dem Plan steht heute dass wir eine Drowned Farm bauen heißt wir müssen einen Ort finden wo wir sie bauen können er wurde aus einer Sklaverei befreit also wirklich er hatte ein wunderschönes Leben ja er hatte Freunde die Schneebälle auf ihn geworfen haben und er durfte ganz viele Nachbar in die Welt setzen so wir müssen einmal zur zum Maya-Tempel weil da in der Nähe sind halt 1,18 Shanks und da hatte ich auch schon mal ein bisschen rumgescoutet er muss mit an sich also Nachbar im Sterben nur von dir als Kisten verwendet zu werden nein er hat es nicht mit angesehen weil sie wurden ja in eine andere Dimension teleportiert bevor es so weit kam aber technisch gesehen war es auch gar nicht der gleiche Schulker den wir damals reingesetzt haben weil manchmal teleportiert sich so viel ich weiß auch der Schulker selber weg und sein Nachfahre nimmt seinen Platz an seinem bisherigen Ort ein so in der Richtung wollte ich schauen ich habe hier übrigens ich weiß nicht ob ich das erwähnt habe mal die ganzen die ganzen Bambus weggemacht das war eine Arbeit so hier wollte ich mich mal wollte ich mal schauen vielleicht ein bisschen dass es möglichst ein Stück weg ist von der Farm so dann ist das natürlich alles moralisch vertretbar Biome River das sieht gut aus also das hier ist auch River wir probieren das jetzt erstmal so dass wir die Schematic setzen und zwar Schematic placements ich hatte sie noch nicht geladen okay loaded Schematics create placement und das Placement müssen wir jetzt drehen yo da ist es schon richtig haben wir easy place ja wir haben easy place weil easy place ist easy going Moment diese Farm ist ein Design von Gecko Link natürlich in der Beschreibung Dank der beigelegten Schematic sparen wir insbesondere bei der Platzierung der Zauntore jede Menge Zeit diese Farm muss sich in einem Flussbiome finden was aber in Post 1.18 Gebieten kein Problem sein sollte kurz gesagt die Drowns spawnen in der großen Wassermasse werden von der Strömung nach unten gedrückt wollen dann zum Schildkrötenein in der Mitte und werden von einem Blasenaufzug nach oben geschossen wo wir die Drown dann abfarmen können also das ist nicht so viel was jetzt hier rumgekommen ist aber wir haben einen Dreizack mit Unbreaking nice unser erster so aber ich glaube wir haben das erste was wir haben wollten mir reicht erstmal ein Dreizack würde ich sagen ich will zwei weil einen für See und einen dann halt falls wir wirklich mal Blisse beschwören wollen aber ich muss echt sagen das ist mein erster Dreizack so viel ich weiß den ich selber in einer Survival-Welt bekomme weil vorher habe ich einfach nie wirklich ausgiebig Drowned gefarmt und auch kein großes Interesse daran gehabt welche zu farmen aber der Dreizack kann jetzt im Prinzip Pfeil und Bogen ersetzen oder ich hätte mal wieder einen Inventarslot mehr so was ich hier gemacht übrigens gemacht habe ich habe den generell ich habe ein bisschen an der an der Verkabelung gearbeitet beziehungsweise an der Verbindung für die ganzen Waren also wir haben ein paar Hopper weniger jetzt vor allem hier also hier sind das bestimmt 30 Hopper die wir wegmachen können die hier mussten zwar leider bleiben weil sonst die Steine durch das Wasser nach oben schwirmen in die Lava aber da sind jetzt zwei Hopper die das praktisch in den Wasserstrom reingeben und wenn wir diesem Wasserstrom folgen das kam nämlich hier raus und deshalb habe ich hier ein kleines Sichtfenster eingebaut also das hilft vielleicht auch noch ein bisschen das Ding ist der Leck ist ja nicht durch Prozessor Leistung bedingt aber trotzdem schadet es nicht die Anzahl der Hopper zu minimieren die wir hier brauchen und es verringert auch ein bisschen die Verzögerung bis die Steine da ankommen und dann nenne ich den hier Poseidon äh warte Loyalty Loyalty ist nicht kompatibel mit Riptide das ist aber als ob warte als ob Riptide nicht kompatibel ist mit mit Loyalty okay dann wird das dann brauchen wir halt drei drei zacke ist halt einfach so Impaling 4 ja gut das ist schade aber ist so äh dann brauchen wir jetzt drei dann nennen wir sie nach den drei Hauptskatern der Griechen nice so anderes Projekt ähm what okay wir sind irgendwo im nirgendwo so klappt das das ist jetzt nur ein Unterschied von vier oder fünf Blöcken aber das ist halt gerade so ausreichend so pass auf 348 die x-Achse ist die gleiche geblieben ich glaube auf der y-Achse kommen wir sogar noch ein Stück präziser ran wenn wir es dann in die Mitte schieben das ist okay so das ist okay wenn das jetzt funktioniert müssten wir durch das Portal in dem was wir vorhin gebaut haben reinkommen ja ja und zurück auch zurück ist wichtig jawohl ja scheiße ach Leute das geht nicht theoretisch müsste hier ach es ist zu nah dran ja aber wir ja ich weiß wie wir es machen so gucken wir mal ob das jetzt funktioniert bevor ich hier noch mehr Arbeit investiere ja 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 so hoffentlich reicht das gleich ich werde noch auf die volle Minute da da ist auf jeden Fall Glas gelandet ich habe auf jeden Fall was gehört da sind welche run da fallen welche runter jawohl jetzt müssen wir nur noch das da oben okay aber die fallen von alleine und solange sie in der Oberwelt nicht zum Spawn Cap zählen ist alles gut wunderbar genau so muss das ich bin begeistert ja sehr schön genau schwimmt schön durch die Portale das Ding ist natürlich dass sie in den Ecken natürlich hängen bleiben können es scheint so als wäre die Strömung auch nicht stark genug gut das Ding ist dass Guardians sich der Strömung widersetzen können ist ja auch nichts Neues in dem Sinne aber so schnell wie sie unterwegs sind ja das mit der mit den Ecken ist halt unkohl da muss ich mir vielleicht kann man das noch ein bisschen optimieren aber das weiß ich tatsächlich noch nicht okay aber ich würde sagen das reicht dann auch für heute vielleicht mache ich zwischen den Streams noch ein paar Optimierungen und Schönheitsgeschichten an der ganzen Geschichte aber dann haben wir nämlich das auch jetzt endlich abgehakt ich wollte das schon so lange gemacht haben ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bis zum nächsten Mal wieder